Willkommen bei sozialem fachlichen Betreuung. Jetzt geht es um das Thema, was macht unser Gehirn? So, das Gehirn sitzt gut geschützt in der knöschenden Schale des Schädels. Es ist ein wappeliges Gebüte, das aus vielen Millionen Nervenzellen besteht, leistungsfähiger als der modernste Rechner. Diese sind untereinander auf vielfältige Weise verbunden. Ein dickter Nervenstrang, das Rückenmark, zieht innerhalb der Wirbelsäule vom Gehirn aus dem Rücken hinab, also geht bis runter des Körpers durch die Wirbelsäule. Im Rückenmark laufen alle Nerven aus dem Körper zusammen. Er stellt also die Verbindung zwischen dem Gehirn und den einzelnen Körperteilen her, also die Organe. Über die Nervenleitung erfährt das Gehirn jederzeit, was im Körper gerade geschieht und auch was die Augen, Ohren, Nase, Zunge und Haut, die Sinnesorgane von unserer Umgebung zu berichten haben. Das Gehirn sammelt alle diese Meldungen, ordnet sie und wertet sie auf, dann schickt es seine Befehle über die Nerven wieder an den Körper, an die Muskeln und die Organe. Das Gehirn ist also die oberste Kommandozentrale unseres Körpers. Woher kommen die Gedanken? Das Gehirn besteht aus verschiedenen Teilen. Der obere äußere Teil ist beim Menschen im Vergleich zu den Tieren ganz besonders stark entwickelt. Man nennt ihn das Großhirn. Dessen äußerste stark gefeilte Schicht ist die Hörnränder. Hier werden nicht nur die Nachrichten von den Sinnesorganen erfangen, hier entstehen auch die Gedanken und die Erinnerungen. Dieser Teil des Gehirns gibt dem Menschen also diejenigen Fähigkeiten, die ihm vom Tier unterscheiden. Vorausplanung, Verantwortung, Gefühle und Fantasie zum Beispiel. Bei Verantwortung sind manche Menschen noch Tiere. Was ist Fantasie? Fantasie ist ein anderes Wort für Vorstellungskraft. Oder Einbilder. Mit unserer Fantasie sind wir in der Lage uns Dinge vorzustellen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Wir können uns auch einbilden, wir seien jemand anderer oder an einen anderen Ort zum Beispiel. Das tun vor allem Kinder sehr oft, wenn sie spielen. Ein Schauspieler braucht ebenfalls viel Fantasie, um eine Theaterrolle gut überzeugen zu können. Und warum müssen wir eigentlich schlafen? Im Schlaf kann sich der Körper und das Gehirn gegen die Anstrengungen des Tages erholen und neue Kräfte schöpfen. Haben wir zu wenig geschlafen, sind wir am nächsten Tag oft schlecht gelaunt und lustlos. Auch das Abwehrsystem des Körpers gegen Krankheiten ist geschwächt. Ständig aber unausgeschlafenen Menschen können leichter krank werden. Wie viel Schlaf ein Mensch braucht, um gesund und leistungsfähig zu bleiben, ändert sich im Laufe des Lebens. Ein Säugling schläft noch rund 16 Stunden am Tag. Ein Schulkind braucht 10-11 Stunden am Tag. Und Erwachsene brauchen etwas weniger. Können alle Menschen träumen? Ist die andere Frage. Ich denke mal, ich mache es aber nicht so. Manchmal erleben wir wunderschöne und abenteuerliche, ja auch beängstigende Dinge. Dann machen wir auf und stellen fest, dass wir im Bett liegen und alles nur geträumt haben. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass alle Menschen und auch viele Tiere während des Schlafes träumen. Meist können wir uns aber nicht an den letzten Traum quasi erinnern, den wir kurz vor dem Aufwachen hatten erinnern. Wenn man das übt, geht das auch. Also ich versuche es zu üben, macht mir so eine Art Traumbuchzahler sein. Tatsächlich träumt man aber mehr als in der Nacht. Im Schlaf werden Erlebnisse und Eindrücke des Tages verarbeitet. Dabei vermischen sich Erinnerungen und Nachwirkungen tatsächliche Ereignisse mit Fantasie und Wunschvorstellungen. Träume stehen also in Verbindung mit dem, was wir erleben oder uns wünschen. Warum tut hinfallen, ja so weh, wäre jetzt auch zum Gehirn eine Frage. Wenn man sich verletzt, etwa die Haut abschürft, sich den Finger verbrennt oder gar einen Knochen bricht, fühlt man einen heftigen Schmerz, ein starker Stoß oder Schlag tut ebenfalls weh. Die betroffenen Stellen des Körpers melden dabei über Nervenbahnen an das Gehirn, dass etwas nicht in Ordnung ist. Der Schmerz ist ein Warnsignal, also sollte man nicht ignorieren. Durch ihn werden wir auf eine Gefahr aufmerksam. Oft handeln die Muskeln des Körpers dann automatisch richtig. Sie ziehen zum Beispiel die Hand blitzschnell vor einer heißen Herdplatte weg. Mit einem verletzten Bein treten wir sehr vorsichtig auf. Dadurch werden auch die Beine verschwitzen. Auch zum Beispiel. Das war's zum Thema Gehirn. Die Quelle ist Baselmann und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.